Musik Schwimmbad, Spielplatz, Skilift, Kinderbetreuung am Puls der Zeit, Elterndialoge, Erste-Hilfe-Kurse, Schwimmkurse, das alles bieten wir schon unseren Fuscher-Familien an. Aber damit wir uns weiterentwickeln, haben wir uns denkt, wir entscheiden uns für das Projekt Familienfreundliche Gemeinde. Da hat sich eine Projektgruppe zusammengefunden, von jeder Lebensphase einer. Und wir freuen uns, wo wir mit euch den Ort Fusch noch attraktiver machen können. Von Fuscher für Fuscher.